Mach schwarz-weiß? Der Monschi hat einen alten Pelikanfarb, Pelikanfarb, wo Gold und Silber ist und zwar so ein zweistöckiger. Den hat er rausgekramt und deshalb macht er jetzt das Video alles was bunt ist macht er jetzt schwarz-weiß. Und wir wollten noch was zeigen und zwar, es ist ja so, dass der Harry ist ja Dietzel in Daza und der Christoph, der ist Harry in Daza, kann man sagen, sein ganzes Zeich kriegt er ja gestiftet und da hat er sich jetzt einfach was geleist und zwar nicht nur einen dummen Spruch, sondern pass auf. Ist das was? Affe geil. Das kann nicht mehr. Das kann nur ein Licht und zwar der Kobold. Wie hieß der Film, Christoph? Wandsworld. Wandscher? Eins, zwei? Eins, eins. Stimmt das, Harry? Ja. Also, die gute Nachricht für heute ist, dass die Probezeit vom Christoph, der wieder um drei Tage verkatzt worden ist und die Schlechte ist, er hat keine Gummibärchen dabei gehabt, sie wird um vier Tage erhöht. Tja, schade, schade, schade lieber Christoph, wenn du das heute siehst. Das bei der Saalwetter. Tja, so läuft's im Showbusiness. Pesch gehabt, ne? Tja, so läuft's im Showbusiness. und lassen dann die schweren Sachen von der Praktikante tragen. Die Juppe konntest das nur während ihrer Probezeit machen müssen. Die ist ja jetzt um einen Tag verlängert. Aber hey, Christoph, ein Gruß von mir an dich. Einen Tag bei 1000 plus drauf geschiessen. Genau, ein Tag ist kein Tag.